Die Touristen lieben Neuschwanstein. Das ist richtig, gehen Sie zum Schalter 11. Neuschwanstein ist in Deutschland wirklich beliebt. Essen ist Hier verboten. Möchtest du das Brandenburger Tor besichtigen? Ich habe keine Formular. Formular Der Flughafen ist so groß, wo ist der Zoll? Musik ist Frau Hier Verboten Frau Merkel Hat er wirklich 200 Schuhe im Koffer? Ich habe keine Formular. Wir verwenden Sie die Frage schon, Koffer 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 Musik ist hier verboten. Frau Merkel A A Die Bäckerei Ta Ta Apotheke Ohre Ohre Bahnhof Ich Ich Wurst Hier Hier Apotheke Nein Alt Ja, der Kaffee ist billig hier. Kirche Billig Billig Kalt Park Wo Der Taxistand ist da drüben. Der Taxistand ist da drüben. Der Taxistand ist da drüben. Der Apotheke Der Apotheke Die Apotheke In In Ist In Der Nähe Billig oder teuer Billig 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 oder Teuer Der Der Taxistand ist da drüben. Der Markt und der Bahnhof Der Markt und Der Bahnhof Die Bäckerei ist billig. Ist die Bäckerei rechts? Entschuldigung, wo ist die Bäckerei? Entschuldigung, wo ist die Bäckerei? Die Bäckerei ist bäckerei. Oder der Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es tut mir leid. Natürlich. Hallo. Gut. Sehr. Prost. Es geht. Danke. Es tut mir leid. Bis bald, Mutter. Bis bald, Vater. Danke, es geht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es geht. Ja, natürlich. Natürlich. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Danke und auf Wiedersehen. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Ich tue ihm. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020